Liebe Zuschauer von KTV, diesen September finden zum ersten Mal zeitgleich zwei Märsche für das Leben statt, in Berlin und in Köln am Samstag, den 16. September. Aus diesem Grund ist unser inhaltlicher Schwerpunkt im September das Recht auf Leben jedes einzelnen Menschen. Wir haben im Vorfeld mit fünf jungen Frauen gesprochen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise aktiv im Lebensrecht einsetzen. Wir beginnen ab Samstag, 9. September um 17.45 Uhr mit dem Zeugnis einer jungen Landschaftsgärtnerin, die von sich sagt, ich liebe das Leben. Ab Montag, 11. September um 18 Uhr strahlen wir das Exklusivinterview mit Mona, einer Mitbegründerin des Kölner Marsches für das Leben aus. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es zu der Premiere in Köln kam. Lassen Sie sich von der Lebensfreude anstecken und seien Sie auf unsere weiteren Termine zum Schwerpunkt Lebensrecht gespannt. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten.